Lala! 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 Okay, übertrieben. So... Hier... Mann ist der Weg anstrengend und belastend. So, den Rotz hier rein. Wo? Dreckige Umgebung. Ob es? Da musst du glaube ich nochmal ran. Kannst du anschließend nochmal das Bett machen. Wozu bist du denn hier? Eingezogen. Putze. So, und jetzt kannst du mal umschalten auf. Ran in den Herd. Umschalten auf. Ran in den Herd. Ach, das bringt dir ja noch gar nichts. Ne. Dafür müssen wir nochmal ein bisschen mehr kochen. Steh auf! Gute Mahlzeit. So was will ich denn nach Shanghai, China? Ne. Was ist mit ihr los? Hat Knast die Eule. Kann ich nicht in der Schule was phrasen? Ne. Lulula. Lulula. Lula. Luu!? Fung ein Schürsch und bringen zum wissenschaftlichen Zyde. Um deine Schulleistung zu verbessern. Jupp. Muss ich gleich mal gucken. Ähm, haben wir hier irgendwo direkt so neben uns, ein Xey. Äh, ne, nicht direkt. Ähm, wollen wir das noch ein See machen? Oder dann wirklich... Oh, eine gechillte... Ich dachte, wir können da... Eine gechillte Ecke... Oh, dann wären wir wahrscheinlich... Ach, eine Angel muss man gar nicht kaufen. Genau. Ja, kann man auch machen. Niemals. So, äh, jetzt will ich noch die Betten machen, der Alten. Schlunzen hier. Unordentliches Verhalten. Das toleriere ich nicht. So, schön, das Bett gemacht. Hä? Warum hat das Fenster sich bewegt? Hm, ich schieb, glaube ich, schon Paras. Nein, du gehst nicht nach China. Äh, ich meine, du gehst nicht nach China. So. Jetzt will ich noch mein schönes, altes Knackerbett machen. Und dann kannst du auch gleich noch das Bett machen. Mann, so eine scheiß Umgebung hier. So. Äh. So, jetzt will ich erstmal ordentlich ein Abdrücken. Anschließend gehe ich duschen und werde mich nochmal ein bisschen... Nee, dann werde ich mal in den Park gehen und die Leute und so. Äh. Äh. Sagen wir beweisen, Brü, bevor die Zeit abläuft, um deine Jopleisen beziehungsweise einen Chef zu verbessern. Okay, wie schaffen wir das? Ach, einfach so. Okay. So. Knackig unter die Dusche. Näh. Näh, 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 näh. Näh, näh, näh. Süß. Ja. Oppis ist nicht so ein alter Mann. Der hat's auch noch auf Faustdick hinter den Löffel, sagt ihr. So, Oppis. Da es ja noch nicht so viele alte Leute in der Stadt gibt, wird das für dich wahrscheinlich ein bisschen lame. Aber. Was könnten wir mit Oppis machen? Wir suchen. Weil wir eben auch einen Job suchen. Oh, dann haben wir gar keinen mehr, mit dem wir was machen können. Ich denke mal vorerst nicht so Textur entladet. Wunderschön. So, jetzt sehen wir mal, Oppis in seiner vollen Blüte. Ja, nicht so ein alter abgelutschter Opa, sondern der ist noch voll drauf, aber er hat gerade die Augen offen. So, zu. Oh yeah. Ich glaube, mit Opa gehe ich mal in den Disco, wa? Oh ja, das machen wir, glaube ich. Gehen wir mit Oppis in den Disco. So, können wir mit dem Auto fahren? Äh, wat? So, ich bin der Besitzer. Achso, jetzt sind wir der Besitzer davon, okay. Ah, und der hat was gegessen. Sehr gut. Okay, Oppis. Na ja, mach. BB hart, okay. Da will ich gerne mal gucken, wer das ist. Du nicht. Ach, auch so eine Bitch. Okay, pass auf. Oppis. Opa! Du setzt dich jetzt erst mal ne Runde vorm Fernseher. Gut. Frido. Dietrich. Frido. Dietrich. So, du wirst hier danach... Ähm... Angeln. Er will es Lug machen. So, und... Er besammelt die Beweise, sie ist bei ihrer Alten. Und jetzt lass es doch mal. Schulzeit! Bitte! Ihr habt alle mein Okay. Äh. Äh, ich meine, ihr habt alle mein Okay, Kinders. So, können wir mal gucken, wer von den Kinders hier ausgeschluckt kommt. Mit? Tschüss! Tschüss! Da hauen sie ab. So, ich werde jetzt mal gucken, ob ich eine angeln kann. Hehe, versteht ihr? Halt! Du Jungsporn! Schön am Bus vorbei. Über die Straße! Nein, ich fahre doch nicht. Und... Hui! Ich freu mich schon, wenn ich eine am... Haken hab. Hehe, die Zweideutigkeit. Ist so geil. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Äh. Wer bist du denn? Kon... Määh! Der Name passt. Also die werden ja alle rausgeworfen. Das sag ich euch jetzt schon, ja? Also in der nächsten Aufnahmesession gibt's die hier nicht mehr. Den Großteil zumindest. ist. Ich werde dann hier meine eigenen Kreationen spielen lassen. Komm, da hast du noch einen. 277, ich bin stolz auf dich. Oh, und da hat er einen. Oh, ich dachte schon. Siehste, da haben wir doch einen Fisch. Zieh die Ange ein, Junge. Einfach mal in die Hosentasche und er rennt an alle vorbei. Keiner interessiert, was Dietrich tut. Er rennt und rennt und holt sich ein Taxi. Taxi. Und überfährt gleich die Alte mit ihrem Fahrrad. Alter, zieht die ab. Die waren schneller als nicht. Ja, Schaffner, bitte. Die 188 ist der Sand Avenue. Ey, junger, Seelitten oder was? Äh. Äh. Hilfe. So. Jetzt sind wir auf dem. Hier wird Friedo, äh, Friedo Dietrich mal arbeiten. Definitiv. Definitiv wird er hier mal arbeiten. Er sieht immer noch aus. Ich weiß nicht, ob es könnte sich ja auch mal an seinen malerischen Talenten üben. Fangen wir mal mit der an. Und wieder zurück. Die hat Spaß. Wo sind die grad? Kann ich irgendwas mit der machen? Oh. Mhm. Was ist das? Eine Schlummerparty. Äh. Warum ist denn hier keiner zu besuch?